Ich habe ja schon so oft beim Polizeirevier aussehen angerufen, da ist noch nie was gekommen. Oh ne, die Bullen. Wie bitte? Guten Abend, ich wollte fragen, können Sie meine Katze zu einer Frühlingsrolle verarbeiten? Was meinen Sie? Können Sie meine Katze zu einer Frühlingsrolle verarbeiten? Für Katze? Meine Katze, sie soll eine Frühlingsrolle werden. Liefern oder abholen? Wie bitte? Möchten Sie essen, liefern oder abholen? Nein, nein, ich komme mit meiner Katze und Sie verarbeiten Sie zu einer Frühlingsrolle. Nein, nein, Katze kann nicht mit Frühlingsrolle essen. Warum? Ja, das von Haag soll weiter mit Teil und Haag, oder wie kann man mit Katze essen? Äh, aber, aber die Katze wird lecker. Aber selber am Roller, ich weiß ja nicht, wenn Sie bestellen, dann bringen Sie nach Hause. Nein, 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 ich komme mit meiner Katze und Sie verarbeiten Sie zu einer Frühlingsrolle. Nein, 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 äh, für einen Dollar, wir machen immer... Könnt ihr beiden noch wirklich die Fresse halten, wenn ich einen Telefonschatz mache? Wie bitte? Ich habe vier Rollen machen mit Wienerfleisch und Gemüse. Nicht Wienerfleisch, Katze. Katze? Wie Katze? Wir haben keine Katze. Nein, ich habe eine Katze. Ich bringe Katze vorbei und Sie machen daraus eine Frühlingsrolle. Ich habe keine Ahnung, was meinen Sie? Meine Katze. Ich bringe meine Katze mit. Ja, und was machen wir mit der Katze? Eine Frühlingsrolle. Ich habe nichts kapiert, was Sie meinen. Wir bringen meine Katze und dann hier. Wofür? Ja, ich bringe meine Katze vorbei und Sie machen daraus eine Frühlingsrolle. Vielen Dank. Fick dich. Nein, nein. Ich denke, man mag die Spaß oder wie? Nein, nein. Ich mag meine Katze nicht. Und deswegen wird sie zu einer Frühlingsrolle. Und meinen Sie, die Frühlingsrolle für Katze essen oder was? Meinen Sie? Ja, also sie wickeln meine Katze in Seetang ein und dann ist es eine Frühlingsrolle. Also quasi eine Katzenrolle. Katzenrolle? Ja, also eine echte Katze. Eine echte. Ich habe den Best. Ich habe den Best. Ich kann hier irgendwie nichts geächtet. Nee, dann ich gar nicht. Einfach kommen Sie vorbei und dann wenn Sie, äh, sag mal zwei Katze, wenn Sie mit in der Baten dann einfach bestellen. Machen Sie das. Ja, äh, ich bring, ich bring meine Katze in Ihren Laden. Also meine Hauskatze. Und dann machen Sie aus der Katze eine Frühlingslalle. Nein, nein, Frühlalle. Wir haben schon fertig gemacht. Nicht jetzt machen. Ah, schade. Ja, wir haben nur fertig gemacht. Wenn Sie bestellen oder so, dann kann er auch machen. Aber wir haben nicht jetzt machen, sondern wir haben schon fertig gemacht. Oh, okay. Ja, tut mir leid. Wir haben keine... Wenn Kunden kommen, dann bitte. Weil wir haben schon alle fertig. Wenn Sie bestellen, dann machen wir. Okay, na dann. Schönen Abend noch. Vielen Dank.